Willkommen zurück zum Wortgefecht bei Life is Strange mit unserem kleinen, paranoiden Stalker, Elliot. Dann fechten wir mal los. Unser exakter Aufenthaltsort. Hier im Haus der Ambers. Hier wohnt der Staatsanwalt. Oh! Ey! Ey! Du schaffst strange. Was ist passiert? Was? Nichts. Ich... Was hast du? Gerade noch gedrückt. Nee! 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 Wir haben nichts geschafft! Oh, du B***! Can't you see? I just want to help you! Scheiße! You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about! No! You idiot! What the f**k! Better run, dickbag! Cops will be here any minute! F**k! Das ganze Ding verkackt! Ja gut, da müssen wir mit leben! So is it! Boah, nur weil ich eine Millisekunde zu spät gedrückt hab, ey! So gemein! Ich hatte noch gedrückt, es war aber schon zu spät! Naja, ich würde schon erzählen's! So weh! So weh! Eigentlich ist der Einbruch auch eigentlich ganz gut, ne? Als Albi! So weh! So weh! So weh! So weh! So weh! So weh! Oh, da ist schon einiges verbrannt. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, dad? Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that Ashtray I made for mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? Das kann dir eine Erinnerung an dein Vater auch nicht mehr sagen. I suppose everyone lies. About big things. I mean, the stuff mom doesn't know about me. So, you probably lied to. Would you love me less? Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure, mom would never fall in love with someone like David too. Are you really ready to hear the answer to your question? Na ja, die Erinnerung an den Vater kann es ihr sowieso nicht sagen. Sie weiß es ja dann eh schon selbst. Weiß sie also selber irgendwas über ihren Vater? Was sie sich aber nicht eingestehen will. What way? That'll always be the perfect dad? How many people get to say that? No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel. Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, dad. You don't want me to go? No. I like the company. Science. Science. We don't want to miss this. Things are about to get real. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Die Tante hatte auch echt einen Dachschaden. Hahaha. Wo soll das noch hinführen? Na ja, eigentlich haben wir alles gemacht, was Damon wollte. Das war so eigentlich egal, dass wir nicht der Vater sind. Oh, Frank's mobile. Shit. Is that blood? Aber Frank lebt. Das wissen wir doch. Frank. Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first I've got to help Rachel's mom. Priorities. Ganz wichtig. Da ist sogar noch Strom. Ha, Janie ist klar. Where the hell is Sarah? Don't tell me what to do. So, ich dachte, ich könnte ein Graffiti hinmachen. Aber nein, es ist nur ein Graffiti zum Ansehen. Na ja, ob die noch funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob es besser ist, bewaffnet da reinzugehen. Da bin ich nicht so sicher, ne? Waffen erzeugen immer auch Spannung. Franks Couch ist toast. Ja gut, ne? Nach seinem Feuer ist da alles zuerst. Da geht es nicht ruf, das heißt, das war es auch schon. Dann gehen wir mal weiter. Auch noch irgendwas in der Ecke? Nein. Oh nein. Das ist so messed up. After all, no one believes a junkie. No. Das ist nicht gekommen. Du kannst du das machen. Damon. Was in der Hölle machst du hier? Ich habe dein Geld hier. Das Geld, die James verdient. Wie in der Hölle machst du... Run! Keine Ahnung muss es wissen. Just... Just lass sie weg und ich werde nicht sagen. So, willst du messern? Oh, ist die Zierk. Talking's over. Leave her alone. Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burn the evidence? All that? I'm just... Trying to help her. Get away from her. I said shut the fuck up! Was ein Arsch. Nein! No! Go to your fucking happy place. Run! Let this be a lesson, kid. Make good life choices. Or you'll end up like her. Now. What do I do with... Damon! Oh. What did you do? Ho 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 ho. I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again. Do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. I can't do this again. Ich kann auch keine Fehler machen. Da ist eine Reste in ihren Klamotten. Der hat die Jache kaputt gemacht. Sarah? Sarah ist so hoch als fuck. Chloe Price. Wo ist Frank? Wo ist Damon? Ihr Freund, Frank, hat sich... von Damon. Ihr braucht es jetzt nicht. Sit. Sarah, bist du okay? Wir brauchen zu sprechen über was passiert. Ich bin so, so sorry für... Rachel kann nie wissen. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Lass mich... Lass mich jemanden... oder etwas. Ich brauche dich zu hören. Was James macht. Hinten diesen Klamotten. Hinten mich mit... Er ist ein Scheiße. Und ich versuche, dass... Rachel... kann nie wissen. Sie hat ihren Vater verletzt. Ich weiß... dass sie nicht verletzt können. wissen, was er Kick- und hat ihren Vater gemacht? Nein. Rachel... hat ein Kind des kaputt. EindrEX. Ein Kind der sich für ihn entspricht. James ist ein Liar. James ist ein Lier. Er ist ein Heyer dummer, der liebt seine daughter zu. Und er liebt sie ihn. Sie hat ihn. Ah Gott, Sarah ist ganz schön vernünftig geworden mit den Jahren. Warum sagst du all das? Weil James ist richtig. Er hat etwas von mir bekommen, dass ich nicht mehr zurückkehren kann. Aber er ist richtig. Ich bin verletzt. Jeder ist verletzt, Sarah. Oh? Jeder hat ihre eigene Kindheit für 15 Jahre alt? Jeder hat Geld, um wegzukommen? Du bist jetzt hier. Das ist das Wichtigste. Was wissen Sie? Ich weiß, dass Rachel dich braucht. Ich weiß, dass Loss. Ich verletzte meinen Vater zwei Jahre alt. Wie? Ein Auto? Er war... Er war... Er war meine Mutter aus der Verkaufgabe. Und... ein Auto rief. Und... das war es. Er war... Es war... ... Es ist entschuldig. Einen Menschen... Sie wissen nicht, was das ist für mich. Alle Sorge. Alle Sorge. Alle Sorge. Alle Sorge. Es gibt keine Schmerz, keine Schmerz. Warum würde jemand nicht mehr so fühlen? Ever. Ich weiß nichts mehr über die Schmerz. Aber ich weiß, was es ist für jemanden zu sein. Es gibt dir die Kraft, die du nie wussten. Ich weiß, was du hast. Rachel braucht dich. Rachel braucht ihre Familie. Ich weiß, dass ich nicht wissen, was ich hier spreche. Aber ich... Ich wünsche, dass du wie großartig ist, Rachel ist. Ich weiß. Sie ist schmerz. Sie ist brillant. Und... 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 Sie fühlen so viel. Sie ist so stark. Sie hat eine gute Leben. Ich habe die Liebe. Sie hat eine Liebe. Sie hat eine Lieblende Gebäude. Ich hätte niemals eingewiesen. Na, bitte mit ihr. Sie hat eine Art zu sprechen. Sie hat mich daran gefühlt. Sie hat eine ganze Zeit gefehlt. Sie hat mich so sagen. Sie hat ein paar Dinge zu sein. Sie hat mir nur zu verletzieren. Sie hat mich nicht zu verletzieren. Shit. The Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole and... and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Willst du sie nicht sehen? Ich kann sie nicht anlügen. Denk an deinen Brief. Oh ja, wir sagen ihr mal eben, wir haben die Briefe gelesen. Vielleicht nicht. Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait. Don't go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Ich hätte auch gerne was zu Chloe's Vater gewusst, aber Chloe selbst kann ihr ja nicht neue Infos geben. Vielleicht hätten wir was erfahren, was Chloe selbst schon weiß, was aber nie im Spiel erzählt wurde. Aber das ist jetzt vorbei. Hallo? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. Okay. Okay. Now we're standing before the decision. How are you feeling? Like I got stabbed. Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped. Did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel. I've got to tell you something. Die Wahrheit sagen, vor der Wahrheit schützen. Wir wussten ja schon, dass diese Entscheidung kommt. Und ich hab die letzten Minuten schon angefangen, drüber nachzudenken. Ob wir ihr sagen, was ihr Vater getan hat, oder ob wir es nicht sagen. Und dann musste ich mich an die Autofahrt zurückerinnern, die wir mit der Erinnerung an Chlorys Vater hatten. Wo wir quasi die Erinnerung auch hätten, die Erinnerung hätten fragen können, was wir denn gemacht hätten an ihrer Stelle. Und wir haben uns in der Autofahrt dafür entschieden, dass wir für unseren eigenen Vater nicht hätten wissen wollen, was er denn eventuell für eine Lüge gehabt hätte. Und wenn wir das für uns selbst nicht machen, dann können wir ja für Rachel nicht sagen, dass sie diese Wahrheit erfahren muss. Eigentlich würde ich, ich würde eigentlich eher von mir aus dazu tendieren, die Wahrheit zu sagen. Weil sie muss mit der Information machen, was sie will oder was sie entscheidet. Aber im Zuge der Entscheidung von vorher, weil wir uns für uns selbst nicht sicher waren, tendiere ich eigentlich eher dann dazu, ja zu sagen, wir sagen, wir sagen ihr nicht die Wahrheit. Hey, hey, Glow and Kenobi, willkommen. Du schaltest zu einem sehr dramatischen Moment an, in dem wir Rachel entweder sagen, was ihr Vater getan hat, und damit die Familie zerstören, oder indem wir sie schützen. Alle Leute auf Twitch haben jetzt das Vergnügen, dass sie diese Entscheidung gleich sehen werden. Alle auf YouTube dürfen bis zur nächsten Folge warten. Diese Cliffhanger sind auch immer scheiße, ne? Wer macht die denn immer so? YouTube, nicht den Kopf verlieren. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.